Oh, warte, 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 warte. Okay, da drüben waren wir drin. Hier waren wir drin, da geht's nicht weiter, richtig? Ah, shit. Okay, ich werde aber, glaube ich, erstmal da lang. Ich werde einfach so unfassbar viel auch wieder übersehen, ne? Was ist das hier? Achso, okay, hier waren wir. Jo, jo, jo. Da sind die großen Gebäude, da müssen wir eh hin. Hm. So, in dem Bücherladen waren wir. Hier ist einfach nur ein oller Sportplatz. Hier steht einfach mal so random ne Couch rum. Hm. 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 Ich habe die Befürchtung, dass hier auch wieder Leute drin sind. Oh Gott, komm ich nicht weiter hoch? Ja, blöd, ne? Sehr gut. Okay, lass mich eben gucken. Nein, spinne mich weg. Wenn die da hinten rumrennen, dann lassen sie uns hier vielleicht in Ruhe. Das war klar. Ja. 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 Ich will nur gucken, ob er irgendwie Munition oder so dabei hat. Ja. Ja. Komm her, komm her, komm her. Ja. Nein. Ach Gott, wo kommst du denn her? Ja. 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 Wir sind nicht allein. Nee. Das glaube ich aber auch, dass ihr nicht allein seid. Ich habe mich jetzt unten überhaupt nicht umgeguckt, ne? Ja. Ja. Ich weiß, eigentlich war das richtig dumm. Das war richtig dumm, wenn man es mal so nimmt. Aber ich glaube, das waren jetzt alle richtig. Jo, das waren alle. Die Musik ist nämlich vorbei. Hallo? Einmal hier gucken. Oh ja. Ah, weiter, 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 weiter. Ich weiß halt nicht, ob hier drüben noch welche drin sind oder ob die jetzt durch die Schüsse alle rübergekommen sind in das Haus, wo wir jetzt drin waren. Hm. Also man merkt glaube ich schon, dass ich auf Normal spiele, weil wir finden halt ultra viel Zeug. Okay. Vielen Dank. Hm, den waren wir auch noch nicht. Also wirklich viel Zeug. Das ist... Das bin ich gar nicht gewohnt. Okay, das war Glück. Das war gerade einfach nur Glück. 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 Was ist das? Ähm. Ja, es ist halt schon echt beeindruckend, wie viel man hier so findet. Voll. Ist doch was. Mache ich das Ganze doch so, dann sind wir nämlich wieder voll aufgeladen. Was haben wir denn da? Sergeant Frost. Echter Name Edward Frost. Intelligenz 40, Muskelkraft 80, Society of Champions. Sergeant Edward Frost war einst ein gewöhnlicher Soldat, bevor er ungewollt zur Versuchsperson bei einem Spark-Experiment wurde. Ihm wurde eine Mischung aus flüssigem Stickstoff und radioaktivem Material injiziert und die Wissenschaftler stellten danach seinen Tod fest. Aber die Kälte hatte ihn nur in einen Scheintod versetzt und er konnte entkommen. Jetzt ist er als Sergeant Frost bekannt und nutzt seine cryogenen Kräfte zur Unterstützung der Society of Champions und der Rache an Spark hält. Jetzt hätte ich mich ja fast erschrocken. Ne, nehmen sie doch. Ein Pin 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 Okay, wir können wieder was weitermachen. Und jetzt? Vielleicht kommen wir da durch raus. Ja, wir waren ja da hinten schon in dem Haus. Das haben wir ja schon gesehen. Aber das ist ganz praktisch. Dann weiß man nämlich, dass man eigentlich so gut wie alles jetzt schon durchsucht hat. Oh, Monizio. Oh, Monizio. Hm. 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 Müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Hm. Hm. Die sind schon ein cooles Team, wenn ich das mal sagen darf. Hey. Dieses runde Gebäude. Sieht aus wie der TV-Sinn. Ja. Ja. Come.